Während viele Vereine gerade bei uns in der Umgebung bei über 30 Grad die Trainingsstreichen, zieht RB natürlich durch. Aber zugegeben, das findet auch in der Halle auf Kunstrasen statt, da sind die Temperaturen ein bisschen angenehmer. Wobei die Jungs alle natürlich trotzdem ordentlich schwitzen und viel trinken müssen. Aber meine beiden, die haben sich gestern sogar bei mir beschwert, dass das Training draußen abgesagt wurde und da waren 37 Grad. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so wild. Heute haben sie sich auf jeden Fall wieder richtig reingehauen beim Training und da war wirklich viel Kraft nötig. Ich hatte zum Glück noch eine kleine Lunchbox mit Gurken, mit Weintrauben und ein paar anderen Erfrischungen gemacht, damit die zwischendrin in der Trinkpause auch da gleich nochmal was essen konnten. Und die wichtigste Frage in jeder Pause ist ja immer, Papa, bin ich gut? Und ich antworte meistens, ich fand ich gut, aber was hat denn der Trainer gesagt? Denn die können eine viel bessere Einschätzung abgeben als ich. Am Wochenende stehen bei uns insgesamt drei Punktspiele an und der große soll sogar zweimal ran. Ich bin ja schon gespannt, wie viel Zeit der Papa am Wochenende für sich hat, wahrscheinlich wird das wenig. Aber die wollen natürlich jedes Spiel spielen, was sie spielen können. Macht ihr Sport bei diesen Temperaturen oder gönnt ihr euch auch mal eine Pause?